Was ist denn das? Davon hat mir Achmed ja gar nichts erzählt. Achmed, was ist denn hier los? Mein Vater veranstaltet ein Dönerwettessen. Das ist echt klasse. Ich war selbst überrascht. Oh, tatsächlich? Und wer sind die Teilnehmer? Man nennt sie die Unkotzbaren. Ist ja eklig. Liebe Dönerfreunde, darf ich vorstellen, die Unkotzbaren. Clemens Kaufmann. War ja klar. Und Bernd dort. Was? Dieses Mal verlierst du, Bernd. Träum weiter. Mann, Max, unsere Väter sind echt eklig. Echt, ey? Warum machen die das überhaupt? Wir wissen doch eh, welcher von beiden gewinnt. Mein Vater. Das wollen wir mal sehen. Los, Papa, du schaffst das. Nein, mein Vater gewinnt. Ich kann nicht mehr. Aha, dein Vater gibt also auf. Und Deiner hat gerade auf den Tisch gekotzt. Ich kann nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020